So, was natürlich jetzt leider nicht so schön rüber zu bringen ist mit der Kamera ist dieser fürchterlich angenehme Geruch, den man hier hat. Es ist sehr stinkig, sehr eklig und was jetzt die Stimmung mit blub 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 würde ich sagen trifft ganz gut meinen Gemütszustand ich bin nämlich so müde ich würde jetzt am liebsten im Bus sitzen und einfach nur blub 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 vor mir hin machen und einfach schlafen mal gucken wie es wird ich habe nachher noch den dritten Versuch auf den Fallschirmsprung ich hoffe das klappt mal gucken ansonsten schlafe ich heute nachmittag ich wünsche euch was macht's gut tschüss